Ich hatte ja auch so einen Hospitationsbogen auszufüllen und habe dann zunächst aufgeschrieben, unter dem Aspekt, könnt ihr euch auch entspannen, als Beobachter, habe ich natürlich erst mal Nein geschrieben, das ist ja dann nicht möglich. Und dann zum Ende meine Meinung erinnert und habe mir gedacht, schade, warum bist du jetzt nicht da unten und könnt ihr euch dann doch entspannen, weil es wirklich super aussah. Also von oben hat man jetzt nicht gemerkt, kalte Füße oder die Frau oder der Mann daneben, das stört mich, sondern ganz im Gegenteil. Also es sah gut aus und entspannt und an den Gesichtern konnte man erkennen, dass es auf jeden Fall gelungen war.